Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat gestern die Arbeitszeitregelung an Niedersachsens Gymnasien für verfassungswidrig erklärt. Laut Urteil der zuständigen Richter verstoße diese gegen die Fürsorgepflicht des Dienstherren gegenüber seinen Beamten. Für die Landesregierung kommt dieses Urteil zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn sie beschloss am vergangenen Mittwoch das neue Schulgesetz. Jens Kracke weiß mehr. Seit letzten Mittwoch ist es amtlich. Mit nur knapper Mehrheit stimmte der niedersächsische Landtag für das neue Schulgesetz. Zu den Änderungen gehören unter anderem die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren, der schrittweise Wegfall von Förderschulen ohne sprachlichen Schwerpunkt und eine Stärkung der Gesamtschulen. Aber wie kommt das neue Gesetz bei den Bürgern an? Also ich finde das in Ordnung. Ich habe damals in der Schule auch 13 Jahre gebraucht und ich finde es besser. Es waren ja auch viele dagegen, auch wenn sie die Schüler gefragt haben, die waren ja total überfordert. Also nicht überfordert, aber die haben gesagt, es wäre viel mehr Arbeit. Es ist eben gedrängter. Also ich finde das eine gute Entscheidung. Die Rückkehr nach 13 ist vollkommen richtig. Wir müssen erst den jungen Leuten etwas mehr Zeit geben. Und das Zweite, wenn man sich das mal ausrechnet, dass dann Leute mit 17 anfangen zu studieren und dann sollen sie mit 21, 22 schon gleich loslegen. Also das ist schon richtig, dass man sagt, Leute, ein bisschen mehr Zeit zum Reifen ist richtig. Und übrigens, jeder, der klasse ist, kann es auch nach zwölf Jahren machen. Überspringen kann man ja immer. Einige Bürger sahen das neue Gesetz jedoch durchaus kritisch. Also ich finde es immer schwer, sich da wirklich auf eins festzulegen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es immer so ein kleines Hin und Her ist. Also wenn wir jetzt wieder auf 13 umsteigen, dann wollen andere wieder zwölf. Und dann wird das wieder nach ein paar Jahren gewechselt auf zwölf Jahren. Also das ist immer, finde ich, so ein nerviges Hin und Her. Also ich habe jetzt nach zwölf Jahren Abitur gemacht. Also dieses Jahr bin ich fertig geworden. Und für mich selber finde ich einfach, dass zwölf Jahre eigentlich sogar besser sind, weil ich weiß nicht. Also ich sehe keinen Sinn darin, dass das Abitur besser wäre, wenn man in diesen 13 Jahren noch mehr Stoff machen würde oder sowas. Eberhard Brandt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen sieht durchaus Vorteile in dem neuen Gesetz. Die Befürchtung, dass eine Stärkung der Gesamtschulen die Existenz der Gymnasien gefährden könnte, teilt er nicht. Die Gymnasien haben eine starke Stellung in Niedersachsen. Sie werden von 38 bis 40 Prozent der Eltern in den fünften Jahrgängen angewählt. Und dabei wird es auch bleiben. In einzelnen Fällen kann es sicherlich sein, dass auf dem Lande die Frage steht, ob jedes Gymnasium erhalten werden muss. Wenn die Eltern Gesamtschulen mehr präferieren, braucht man manche Gymnasien nicht mehr. Aber zu einer Abschaffung von Gymnasien wird es nicht kommen. Da wird eine Hysterie betrieben, die nicht nachzuvollziehen ist. Hannovers Bürger und die GEW sehen mehrheitlich durchaus Vorteile in der Gesetzesänderung. Kritik gab es dennoch von Seiten der Opposition. Die CDU kritisiert unter anderem den Wegfall der Laufbahnempfehlung nach der Grundschule. Ebenso sorge die überstürzte Umstellung auf G9 bei Schulbuchverlagen und verantwortlichen Schuldirektoren noch für Verwirrung. Statt Förderschulen abzuschaffen, fordert die FDP einen freien und fairen Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulformen sowie eine Stärkung ihrer Profile. Ob das neue Schulgesetz den Praxistest besteht, wird sich erst noch unter Beweis stellen müssen. Vielen Dank.